Nach einer langen Suche habt ihr es endlich gefunden, eine Kruft im Inneren eines Waldes. Ihr betretet die Kruft vor euch, liegt ein langer Korridor, beleuchtet durch ein paar Kerzen an den Seiten. Ihr durchstreift den Korridor, ein paar Spinnnetze sind an den Wänden und ein modriger Geruch zieht euch in die Nase. Ihr lauft den Gang immer weiter entlang bis zu einem großen, runden Raum, in dessen Zentrum ein Sarg auf einem Sockel steht. Der Sarg ist umsäumt von Licht, Licht ausgehend von großen Fackeln. Ihr nähert euch dem Sarg, plötzlich springt der Sarg auf und jemand erscheint vor euch. Hallo, ich bin's, euer Donfi. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und das war das schlechteste Intro, das ihr jemals von mir gehört habt. Ähm, glaube ich zumindest. Ähm, so, na gut, es gab bestimmt noch schlechterere. Ähm, ich bin mal kurz wieder da oder vielleicht länger, ja, je nachdem wie es sich ergibt. Egal. Warum, weshalb ich jetzt ein paar, wie lange, fünf Monate nicht da war, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos, falls es euch interessiert. Aber erstmal zu den wichtigen Sachen. Ich habe morgen um 15 Uhr, also ungefähr so wie jetzt, ähm, vielleicht eine halbe Stunde eher als 15 Uhr statt 15.30 Uhr, egal, ähm, habe ich vor, einen Livestream zu machen. Also am 2. Mai habe ich vor, einen Livestream zu machen und dort möchte ich euch, ähm, mein Plugin zeigen. Das habe ich im RPG Maker MW gemacht. So, mein Foto-Plugin, das, ähm, erkläre ich euch nachher, worum es genau geht. Spielt nicht so die große Rolle. Und abend, dann, ähm, sagen wir mal 21, na, ja, 21 Uhr, sagen wir mal 21 Uhr, ähm, also am 2. Mai um 21 Uhr, möchte ich euch dann ein Spiel vorstellen, ein RPG Maker Spiel, auch live. Ähm, Cast Away, The Odyssey, oder Kato, abgekürzt hier, Kato, okay, von The Luigi Player. Ja, aber dazu auch später mehr, erzähle ich gleich, aber noch viel wichtiger ist für euch, und das ist noch das Allerwichtigste, ist für euch, es gibt einen neuen Steam Sale und der RPG Maker, äh, 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 MW ist am Angebot. Für 18,50 Euro, falls ihr den mal haben wolltet, gebt ihr einfach hier oben einen RPG Maker in die Suche. Ihr wisst ja selber, wie man das Ganze bedient, denke ich mal, und dann, ähm, 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 kommt ihr nicht da raus, wo ich eigentlich rauskommen wollte, warum auch immer. So, jetzt, dann habt ihr hier den RPG Maker, MW, hier für 18,50 Euro, den Ace für 12,99 Euro, und den XP für 3,44 Euro, den 2003 für 2,99 Euro im Angebot. Und das sind wirklich gute Preise, und ich denke mal, bei 18,50 Euro kann man mit einem RPG Maker MW eigentlich nicht viel verkehrt machen, ähm, ähm, ich denke zumindest. Hier der VX ist auch immer ein Angebot für 5,54, aber den braucht man nur wirklich nicht, unbedingt. Also nicht, wenn man den MW hat, oder auch der Ace ist viel besser. Ähm, ich finde sogar den XP viel besser, und der ist günstiger. Also von daher, ähm, wie gesagt, die 3 RPG Maker hier sind wenigstens noch sinnvoll, aber holt euch den MW, dann seid ihr eigentlich ziemlich wunschlos glücklich. Wenn ihr einen RPG Maker wollt, und der ist momentan im Angebot die nächsten, ähm, 6 Tage, glaube ich, bis zum 6. Mai, genau. Ja, und dann noch der Visual Novel Maker, ist auch im Angebot, der VN Maker. Maker, ähm, ja, Visual Novel Maker. Der hier, den habe ich auch, den besitze ich auch hier, ähm, Visual Novel Maker. Kann ich auch ein paar Tutorials zu machen, falls ihr das möchtet, werde ich wahrscheinlich sogar früher oder später irgendwann vielleicht auch machen. Ähm, aber wenn ihr das unbedingt möchtet, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, schreibt allgemein einfach jeden Blödsinn rein, der euch gerade einfällt. Ähm, so, das Ganze ist, ähm, mehr oder weniger von den RPG Maker Machern, mehr oder weniger, weil, ähm, es dieselben Leute sind, hier, der DGK, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, die den RPG Maker MW gemacht haben, aber, das Ganze unter Hilfe über Visual Novel Maker, erfährt man, dass der Visual Novel Maker auf dem Cortex-RPG-Studio-Projekt von André Radomsky basiert, und das war früher ein RPG Maker Projekt, ähm, sollte quasi ein neuer RPG Maker werden, mehr oder weniger, oder ein RPG Studio, weil RPG Maker ist ja sicherlich rechtlich geschützt, ähm, der Name von André Radomsky, und daraus ist dann der VN Maker entstanden, und, naja, vielleicht entsteht daraus auch der nächste RPG Maker, gerade irgendwo, ähm, außerhalb von meinem Zuständigkeitsbereich, ähm, man weiß es ja nicht. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich cool, der VN Maker bietet sehr viel Funktionen, die, ähm, der MB nicht hat, der RPG Maker im Allgemeinen nicht hat, und wenn ihr hier solche Visual Novels machen wollt, ähm, dann seid ihr da wirklich an der richtigen Adresse, es ist wirklich erstaunlich gut, das Tool, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe das ausprobiert, und habe jetzt erst 10 Stunden, ja, 9,6 Stunden auf dem Tacho, beim RPG Maker waren das jetzt wesentlich mehr, ähm, da sind es, glaube ich, fast 200 Stunden, und man muss auch bedenken, dass ich den MV auch nicht wirklich viel benutzt habe, ähm, hauptsächlich habe ich den XP benutzt, da werden es wahrscheinlich an die tausende Stunden gehen, ähm, und, aber die RPG Maker nehmen sich eigentlich alle nicht viel, aber da ist er erstmal dahingestellt, ähm, gut, Visual Novel Maker, genau, und das ist eigentlich ziemlich cool, man hat hier wirklich ziemlich viele Funktionen, die man, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht erklären, oder möchte ich auch nicht, guckt euch einfach die Trailer mal an, hier sind zwei Trailer, ähm, und mit Ton könnt ihr euch das einmal angucken, irgendwann, ich mache das jetzt mal nicht mit Ton, da kann man wirklich coole Sachen machen mit, ähm, kann ich euch wirklich empfehlen, für alle, die das Ding noch nicht auf dem Schirm haben, und dann gibt es, gibt es auch noch den Pixel Game Maker, Pixel Game Maker, da ist er, MV, Pixel Game Maker MV, von dem gibt es auch eine kostenlose Demo, könnt ihr auch runterladen, und ist auch bis zum 6. Mai im Angebot, das ist das neueste Produkt, ähm, aus der Maker Series, und wurde erst 19. September 2019 veröffentlicht, also wirklich erst vor kurzem, mehr oder weniger, und den habe noch nicht mal ich gekauft, das muss ich wirklich sagen, die haben noch nicht mal ich gekauft, also das ist wirklich neu, und falls ihr da irgendwie Interesse habt, könnte ich mir den vielleicht ja auch mal kaufen, mal gucken, jetzt die 36 Euro sind schon eine ordentliche Stange Geld, also im Vergleich zu den 18 Euro, warum lädt er jetzt die Screenshots nicht, na gut, egal, ähm, macht jetzt auch, ja, aber doch, jetzt lädt das, ähm, okay, das sieht ganz schön kompliziert aus, ähm, aber es sieht wahrscheinlich viel komplizierter aus, als es eigentlich am Ende ist, ähm, denke ich, hoffe ich, rate ich, damit kann man auf jeden Fall so eine, ähm, hier Mega Man ähnliche Spiele machen, oder Castlevania ähnliche Spiele, ähm, oder hier ist so ein, okay, Pinball, ist auch cool, so ein Motocross Spiel, ähm, auf jeden Fall kann man dann eher mehr so eine Action-basierte Spiele machen, und das ist eigentlich ziemlich cool von der Idee, ähm, aber es ist sicherlich sehr kompliziert in der Umsetzung, und, ähm, ich bin halt auch etwas bewandter, was Selbstprogrammieren angeht, und das könnte ich dann wahrscheinlich sogar im RPG-Maker selbst umsetzen, tatsächlich, was die mir hier im Maker bauen wollen, ähm, dementsprechend ist das jetzt für mich auch nicht so sonderlich interessant, ähm, und ich möchte auch keinen, so ein Action-Game machen, momentan, ähm, der Visual Novel Maker hat mich aber wirklich interessiert, und den hatte ich mir tatsächlich gekauft, und der ist wirklich cool, da möchte ich vielleicht auch mal was machen demnächst, mal gucken, wie ich Lust und Zeit habe. Gut, ähm, ich bekomme kein Geld für die Werbung, äh, es ist, ähm, ich möchte euch nur, ähm, so wie ich es halt immer schon gemacht habe, euch einfach nur auf die Sales hinweisen, damit ihr nicht hier die Originalpreise bezahlt, weil wenn ihr hier mal guckt, das sind 55 Euro, das ist halt wirklich eine richtige Stange Geld, wenn ich mal überlege, wie lange ich dafür arbeiten gehe, oder hier 65 Euro, ähm, das ist halt wirklich eine Stange Geld, und da ist, hier sind die 22 Euro, beziehungsweise 26 Euro, das ist halt wirklich, ähm, viel, viel, viel weniger, und, ähm, dementsprechend dann schon erwähnenswert, denke ich mal. Gut, zurück zu mir und meinen Projekten, genau, ich wollte nämlich morgen einen Stream machen, wie gesagt, um 15 Uhr, ich wiederhole es nochmal, streicht es euch rot in euren Kalender, Urkalender ein, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, merkt euch das einfach, oder drückt, ähm, unten unter dem Video hier auf die Notification-Bell, auf die Benachrichtigungsglocke, dann müsstet ihr da ja auch hier dann so eine Benachrichtigung bekommen, ähm, wenn der Livestream online geht, ähm, beziehungsweise wenn ich ihn dann einrichte, was ich noch nicht gemacht habe, ähm, wenn ihr das Video seht wahrscheinlich, ähm, gut, das habe ich auf jeden Fall vor, einmal mein Foto-Plugin euch zu zeigen, das ist das Camera and Photo Gallery Plugin, das habe ich für Renova gemacht, einem User aus einem RPG-Maker-Forum, und das habe ich ihm damals, als ich das hier gemacht hatte, habe ich ihm das damals tatsächlich schon mal gegeben in einer, ähm, frühen Version, und da hat das tatsächlich dann so halbwegs auch schon funktioniert, dann habe ich es fertig entwickelt, ähm, mehr oder weniger fertig, sagen wir mal, zu 90, 99% ist das jetzt fertig, also es gibt noch ein paar Baustellen, aber, ähm, das ist nicht so wichtig jetzt erstmal, ähm, das klären wir dann morgen, und das möchte ich euch mal kurz demonstrieren, Änderung speichern, jep, können wir machen, so, mein Fototest, neues Spiel bitte, genau, da habe ich hier ein paar Charakters, das läuft dann, das zeige ich euch dann alles morgen, wie das dann alles funktioniert, das wird dann alles ein bisschen anders, also ihr müsst das nicht über die Charakter lösen, ähm, da habe ich hier einen, der macht Fotos, so, und dann habe ich hier einen, der zeigt Fotos an, genau, und dann haben wir hier das Menü, und dann kann ich hier das Foto auswählen, was ich mir angucken möchte, und habe dann hier Enter ausblenden, dann wird die Leiste ausgeblendet, Escape zurück, dann kommen wir wieder aus dem Menü raus, wenn ich Escape drücke, e-exportieren, dann kann ich das Ganze speichern, ähm, das Bild tatsächlich, ähm, und mit den Pfeiltasten kann ich durchschalten, und mit Entfernen kann ich die löschen, dann habe ich keine Fotos mehr in der Galerie, und das war's, ähm, das ist im Großen und Ganzen, ähm, mein Plugin, das ist jetzt nicht so kompliziert, und das ist eigentlich im Großen und Ganzen, und was man da jetzt genau machen kann mit, mit dem Plugin, man kann dann nämlich kleine Quests bauen, und da habe ich eine kleine Quest mitgebaut, eine Foto-Quest, da, ähm, soll man hier ein Foto machen, hier auf der Bergspitze, und der Mann möchte dieses Foto haben, und dann kann man dem Mann das Foto geben, und der erkennt dann auch, ob ich das Foto hier oben gemacht habe, oder hier unten, und dementsprechend kann ich dann die Quest erfüllen, oder halt eben nicht erfüllen, weil ich das Foto gar nicht da gemacht habe, wo er das wollte, also es erkennt dann, ob ich das Foto an der richtigen Stelle gemacht habe, also auf gut Deutsch, ob das richtige Objekt auf dem Foto zu sehen ist, und das ist eigentlich ziemlich cool, das Ganze, und da kann man kleine Quests mitbauen, und das möchte ich euch dann morgen zeigen, und dann möchte ich, wie gesagt, dann Abend, um 21 Uhr, hatte ich gesagt, und dann bleibt das auch dabei, möchte ich den Cast Avaser Odyssey Stream machen, ich habe euch ja gesagt, dass ich im Zuge der Don Gang, hier steht auch Don Gang übrigens, bei Autor, Don Gang, und dann erst Don F204, im Zuge der Don Gang möchte ich ja Ressourcen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Plugins, aber ich möchte auch Spieleprojekte vorstellen, von anderen RPG-Makerern, und dementsprechend würde ich gerne halt das Spielprojekt von The Luigi Player vorstellen, und das ist dementsprechend Cast Avaser Odyssey, oder kurz Kato, und das ist jetzt in der Demo 0.06 rausgekommen, am 20.04.20, und dementsprechend möchte ich euch die aktuelle Demo mal vorstellen, er hat mir geschrieben, dass diese ungefähr 3-4 Stunden lang ist, ich würde euch vielleicht die erste Stunde mal zeigen, und dann könnt ihr euch das Ganze ja mal angucken, auf jeden Fall, ich empfehle euch, guckt euch das Ganze auf jeden Fall mal an, man kann auf jeden Fall auch von Spielen von anderen Leuten lernen, selbst wenn man sich denkt, ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was ich spielen möchte, aber man kann aus jedem Spiel irgendwas ziehen, irgendwas lernen, was man vielleicht im eigenen Spiel einbauen könnte, und das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man auch andere Spiele spielt von anderen Leuten, wenn man selber Spiele machen will, zumal es kostenlos ist für euch, ich werde die Seite hier auf jeden Fall mal verlinken für euch, dann könnt ihr euch die Beschreibung durchlesen, den Trailer angucken von der 0.05-Version, und dann könnt ihr hier oben einfach auf Download klicken, oder Entwicklungstagebuch mal angucken, Screenshots könnt ihr euch angucken, und da habt ihr hier ein paar Screenshots, wie gesagt, dann könnt ihr hier einfach bei Download, und dann könnt ihr das Ganze runterladen, hier den Kato-Launcher, oder das Spiel, die Demo halt an sich nur, und den Launcher, glaube ich, dass das dann auch funktioniert, ich habe keine Ahnung, oder ob man immer den Launcher braucht, ich weiß es nicht, ist egal, gut, guckt euch das ganze Projekt mal an, ich werde es auf jeden Fall nochmal vorstellen, morgen um 21 Uhr, falls Interesse besteht, ich hoffe mal, dass der Luigi-Player dann auch live anwesend sein wird, dann könnt ihr auch im Chat vielleicht ein paar Fragen stellen zum Spiel, und das ist eigentlich immer eine gute Sache, den Entwickler vielleicht auch mal am Start zu haben, vielleicht auch, wenn euch eine Sache im Spiel gefällt, könnt ihr vielleicht auch mal fragen, wie hast du das umgesetzt, oder so, das ist ja vielleicht auch sehr interessant, wie hat er das gemacht, wie gesagt, schaut einfach mal rum, morgen um 21 Uhr, und downloadet das Spiel, ich werde die Seite, werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen, dort könnt ihr das Ganze dann mal angucken, gut, haben wir das auch geklärt, dann kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt, warum, ach nein, übrigens habe ich 1700 Abonnenten wieder neu erreicht, ich hatte es ja schon mal, aber es ist schon etwas her, dann sind ja die Abonnentenzahlen gesunken wieder ein bisschen, dafür möchte ich euch danken, yay, danke, das freut mich sehr, dass meine Abonnentenzahlen steigen, und ich tatsächlich auch Aufrufszahlen habe, die mich sehr überraschen, jetzt 2400 Aufrufe, und selbst den zweiten Part noch 900 Aufrufe, gut, dann ging es ganz schön bergab, weil ihr mich nicht leiden könnt, aber, aber, hey, what the heck, so ist das halt im Leben, und ich denke mal, dass das Interesse am RPG Maker relativ hoch ist, und ich würde dann, wie gesagt, vielleicht auch noch, wir sollen Novel Maker Tutorials anfangen demnächst, aber erstmal kommen wir dann morgen zu meinem Plugin, und wir können dann live noch ein bisschen quatschen, gut, ach ja, und, habe ich fast vergessen, ich würde live, vielleicht noch ein paar Fragen von euch beantworten, also ihr könnt gerne alle eure RPG Maker Fragen mitnehmen, und dann würde ich das einfach, je nachdem, wie viel Zeit ich dann noch habe, nachdem ich das hier vorgestellt habe, sagen wir mal, das dauert jetzt vielleicht, keine Ahnung, halbe bis ganze Stunde maximal, denke ich mal, dann habe ich das hier durchgekaut mit euch, das ist ja nicht so kompliziert, ist ja alles schon fertig gebaut, ich muss es ja nur nochmal erklären, wie es grob funktioniert, und euch einen Download Link geben, damit ihr es mal selbst ausprobieren könnt, und dann würde ich vielleicht nochmal, eine Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, würde ich vielleicht einfach nochmal mit euch quatschen, kurz ein bisschen, und einfach mal eure Fragen beantworten, bringt mir einfach alle eure Abedienmaker Fragen mit, und, je nachdem, was ihr so für Fragen habt, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was ihr im Abedienmaker einfach umsetzen wollt, aber nicht genau wisst, wie es geht, oder einfach hier irgendwelche Funktionen, die ihr nicht so ganz versteht, dann würde ich euch das erklären, live direkt, und das ist eigentlich, denke ich mal, immer noch am besten, weil dann habt ihr den direkten Kontakt zu mir, deswegen würde ich das Ganze nämlich auch live machen, und ich denke mal, das ist eigentlich die beste Option für uns, wenn wir das Ganze mal ein bisschen live machen, und dann werden wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert, ich hoffe, das klappt, gut, schauen wir mal, morgen dann, um 15 Uhr, nicht vergessen, so, gut, zurück zu dem Thema, warum ich weg war, die letzten fünf Monate, genau, genau, das Ganze fing halt damit an, dass ich hier vor fünf Monaten, dann ein bisschen erkältet war, dann hat mir mein Hals ein bisschen weh getan, und ich konnte nicht so wirklich gut sprechen, dann habe ich noch hier das Grookey Shimpep Fanart gemacht, das habe ich dann quasi ohne Kommentar gemacht, das Video, ich rede halt nicht dabei, und dann dementsprechend spielt das dann keine Rolle, ob mein Hals weh tut, oder ich zwischendurch ab und zu mal husten muss, oder so, und dementsprechend war das kein Problem für mich, und ich konnte das dann machen, dann allerdings, als es dann irgendwann mal meinem Hals besser ging, gab es quasi mehr oder weniger so ein familiäres Ding, und eine Bekannte hatte mehr oder weniger eine Trennung hinter sich, und brauchte dann eine Bleibe, und dann hatten wir quasi plötzlich neun Menschen im Haus, und noch die Kinder dazu, und dann konnte ich dann halt auch irgendwie, kam ich dann nicht dazu, nochmal Videos aufzunehmen, aus Zeitgründen, und halt auch, weil das auch ein bisschen Stress dann war, und auch laut wurde teilweise, und man kann ja auch Kindern immer nicht so sagen, jetzt sei mal kurz eine Stunde leise, das ist immer schwierig, das wisst ihr ja selber sicherlich, weil es waren auch kleine Kinder, und ja, das ging dann eine ganze Weile, bis sich das dann auch geklärt hat alles, es ist halt immer alles nicht so einfach, ihr wisst es ja selber, und, genau, und dann, was war dann, genau, dann fing es eigentlich schon fast mit Corona an, und dann gab es auch wieder ein bisschen Stress, und alles, ich bin jetzt auch mehr oder weniger, nennen wir es mal umgezogen, weil ich im Haushalt auch Menschen habe, mit Lungenerkrankungen tatsächlich, und ich selber arbeiten muss, und diese nicht anstecken möchte, und, falls ich dann doch irgendwie, weil ich den Menschenkontakt nicht komplett verhindern kann, durch meine Arbeit halt, dann doch Corona angeschleppt hätte, und dann, die Menschen in meinem Haushalt dann vielleicht an Corona gestorben wären, etc., dann wäre das natürlich, für mich sehr traurig gewesen, und das wollte ich natürlich dann auch möglichst verhindern, was natürlich dann auch wieder zu Veränderungen in meinem Leben geführt hat, und jetzt stehe ich hier, oder sitze, fünf Monate später, und ich denke mal, ich bin in meiner Quarantäne, und denke mal, dass es jetzt erstmal ein bisschen weitergehen kann, mit den APG-Mega-Videos, und mal gucken, inwiefern das jetzt weiterläuft bei mir, und bei euch, manchmal kann man viele Sachen nicht so ganz einplanen, und ich dachte mir, ich fange erst wieder an mit YouTube, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich die nächsten, sagen wir mal, Wochen Zeit habe für euch, und nicht, dass ich dann ein Video mache, und dann bin ich plötzlich wieder drei Monate verschwunden, oder so, und das wollte ich dann auch nicht, und dementsprechend melde ich mich jetzt wieder, und denke mal, ich kann jetzt die nächsten, sagen wir mal, auf jeden Fall, sagen wir mal, auf jeden Fall, den kompletten Monat kann ich jetzt auf jeden Fall durchziehen, den kompletten Mai, da denke ich mal schon, und ich denke mal, darüber hinaus wahrscheinlich auch noch, also bis Juli denke ich mal, auf jeden Fall, wird sich erstmal in meinem Leben nichts mehr ändern, aber man weiß es nie, kann auch sein, dass ich wirklich Corona kriege, und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht, aufnehmen, weil dann würde ich wahrscheinlich hier die ganze Zeit, das Mikrofon voll husten, und mit Fieber hier sitzen, vielleicht, im Ernstfall, und das wollen wir natürlich auch nicht, ähm, na gut, Spaß beiseite, ich bin DonF204, das war das schlechteste Intro aller Zeiten, ähm, nein, wie gesagt, ähm, war ein bisschen stressig alles, mit den Kindern, und so, dann habe ich auch ein bisschen mit den Kindern gespielt, ähm, wir hatten gespielt, My Little Pony, ähm, das Erzählspiel, kann ich euch mal zeigen, das ist ganz lustig, eigentlich, ähm, My Little Pony TV, nein, ähm, jetzt seht ihr, was ich alles so eingebe, auch mal lustig, das Erzähl, ja, ich gucke My Little Pony, Erzählspiel, mal gucken, ähm, nein, ich möchte nicht dieses komische Kind sehen, Warte Frick, wer bist du? So, Tales of Equestria, genau so heißt das Ganze, Tales of Equestria, ist quasi so ein Dungeons & Dragons Verschnitt, also Pen & Paper Spiel, ähm, das habe ich mit den Kids gespielt, war eigentlich ganz witzig, auch mit meiner Freundin zusammen, und ihrer Schwester, genau, da haben wir das gespielt, wir waren, ähm, und, und einer Freundin noch, glaube ich, also, bekannte, whatever, aber, ey, ist egal, wir waren schon ein paar Leute, und das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, und man konnte ein bisschen auch die Kids beschäftigen, ähm, und, naja, da habe ich halt das gemacht, und, ist auch nicht schlimm, hat Spaß gemacht, ein bisschen, und, ähm, ja, jetzt bin ich wie gesagt wieder hier, ich werde mich wieder ein bisschen reinfuchsen, in die ganze Sache, also, ich bin ja nicht komplett raus, das war ich nie, und, wie gesagt, das hier hatte ich eigentlich, wie gesagt, schon länger fertig, ähm, keine Ahnung, ob ich das jetzt nochmal überprüfen kann, wann ich das fertig hatte, keine Ahnung, safe, ja, ich habe safe states auf jeden Fall, von, vom 11., vom November, 29. November, das sind ja die, die, ähm, fünf Monate mehr oder weniger, ähm, und, genau, da habe ich die safe states sogar noch, ähm, die ich erstellt hatte, und, ähm, ja, wie gesagt, hat alles ein bisschen gedauert, bei mir, und, dementsprechend, ah, die Menübar habe ich, äh, am 10. schon erstellt gehabt, also habe ich ungefähr, naja, mit Pause, sagen wir mal, zwei Monate Entwicklungszeit reingesteckt, aber mit Pause, also, das war schon ein bisschen Pause dazwischen, und, wie gesagt, das Plugin ist, so, 95, 99% fertig, es gibt eigentlich nicht mehr viel, zu bemängeln, das werde ich dann, wie gesagt, morgen ansprechen, was ich vielleicht noch ändern würde, und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, das ist auch noch sehr, sehr gut, das dann, wie gesagt, noch live zu machen, dann könnte ich vielleicht sogar live die Änderungen noch vornehmen, mal gucken, vielleicht habt ihr noch mal richtig coole Änderungen, im Sinn, die ich schnell umsetzen kann, manchmal ist es halt so, dass ich auf die einfachsten Ideen nicht komme, und, ja, okay, sorry Leute, dass ich nicht da war, aber ich bin wieder da, und ich danke, wie gesagt, allen meinen neuen Abonnenten, und allen meinen treuen Abonnenten vor allem, also manche haben mich ja wirklich schon über 10 Jahre abonniert, und das ist halt wirklich schon echt heftig, also, das ist wirklich schon ganz schön krass, was ich hier für Leute kennengelernt habe, und, ja, abonniert auf jeden Fall in der Fatari, Pegismo, Alias, Game Dev Tutorials, Planet Zero, Fallen RPG, The Feuerblitz, Nuclear, 42, Icky Snow, und durchgestrichen, AM XP Maker 98, die letzten hier abvollen RPGs sind auf jeden Fall nicht mehr aktiv, und hier die oberen sind eigentlich mehr oder weniger aktuell, Schrägstrich aktiv, ähm, na gut, Ali ist auch nicht, ist auch nicht aktiv, aber er ist wirklich sehr, sehr wichtig, und, könnt ihr auch abonnieren, und der Fatari ist eigentlich auch nicht mehr aktiv, aber, auch abonnieren, auf jeden Fall abonnieren, abonniert alle, ähm, was, ich habe hier einige nicht abonniert, warum habe ich hier einige nicht abonniert, ähm, das ist peinlich, ich habe alle abonniert, hallo, alle, die ich empfehle, abonniere ich, hallo, das war jetzt peinlich, so lange guckt eh keiner, ich denke mal, dass sich keiner hier die 30 Minuten komplett angetan hat, ähm, keiner wird meine Peinlichkeit jemals sehen, scheiße, ah, das war peinlich, dass ich nicht mal selbst die abonniert hatte, die Leute, es waren nur hier unten die, hier, Feuerblitz, Icky Snow und RPG Maker, glaube ich, also vorhin RPG hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall, und Nuclear hatte ich, glaube ich, auch auf jeden Fall, hier oben die sowieso, gut, ähm, wie gesagt, hier Game Dev Tutorials, war auch jetzt schon seit sieben Monaten, glaube ich, nicht aktiv, habe ich gerade nochmal überprüft, aber Planet Zero ist, glaube ich, noch aktiv, ähm, gewesen, warum lädt der denn so langsam, das kann doch nicht sein, so, jetzt, ähm, ja, vor einem Monat, also das ist eigentlich schon top, also das ist wirklich aktiv, da kann man schon aktiv reden, ähm, auch wenn hier, jetzt nicht wirklich viel geüploadet wird, ähm, halt das letzte Tutorial, hier, vor fünf Monaten, also, da liegen dann auch schon wieder vier Monate dazwischen, aber der macht ja auch sein eigenes Spiel, hier, I am Production, Production, macht er ja, ähm, und Paracrate, okay, warum fängt er plötzlich neue Spiele an, egal, ich kann nicht in die Köpfe der Menschen hineinsehen, okay, aber es ist sicherlich eine coole Sache, und sieht auch auf jeden Fall sehr ansprechend aus, jetzt wie das, äh, Vorschaubild, ähm, also Planet Zero, wenn du das mal hörst, äh, das Vorschaubild, finde ich schon sehr ansprechend, vielleicht gucke ich mir den Trailer nachher mal an, äh, wenn ich mal Zeit habe, aber ich denke mal, hier direkt nach der Aufnahme, werde ich erstmal kurz das Video cutten, und rendern, und hochladen, also, und da ist wahrscheinlich schon wieder vergessen, dass ich es ansehen wollte, ähm, gut, egal, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, und am besten ich cutte das raus, dass ich die nicht abonniert habe, nein, das war ein Witz, ähm, ich wünsche euch viel Spaß, und, ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meine Anfangsstory mit der Gruft antwortet, wie ihr reagiert, wenn ich da plötzlich auftauche, das wäre auch ziemlich cool, ähm, wenn ihr da kurz eine kleine Story dazu schreibt, oh, das wäre richtig nice, ich weiß, das hat eh keiner zu Ende geguckt, das Video hier, aber, wir sehen uns morgen um 15 Uhr, wehe, ihr seid nicht da, also, ich will mindestens, sagen wir mal, 10 Zuschauer haben, mindestens, also, das ist schon das absolute Minimum, ähm, also, ich hoffe, ihr seid da, und seid bei meinem kleinen Comeback wieder da, mehr oder weniger, mein 10. Comeback, ähm, und dann Abend auf jeden Fall um 21 Uhr, und das ist noch wichtiger, Leute, das ist noch wichtiger, bei Castaway, The Odyssey, morgen am 2. Mai, ähm, dann würde ich vielleicht noch am 3. Mai, am Sonntag vielleicht noch streamen, aber, das klären wir dann morgen mal, im Stream dann vielleicht, ob und wie ich das dann mache, genau, okay, das war's soweit von mir, das erste Spiel, was ich jetzt demnächst vorstelle, ist, Castaway, The Odyssey, ähm, ich würde aber gerne von euch auch ein paar Spiele vorstellen, also, wenn ihr Spiele im Angebot habt, ab in die Kommentare damit, und dann würde ich die auch vorstellen demnächst, dann würde ich mir ein Spiel nach dem anderen einfach vornehmen, und in meiner Quarantäne dann einen Haufen Spiele vorstellen, hatte ich ja wie gesagt sowieso vor, Don Gang halt, ähm, da wollte ich ja Spiele von anderen Apogee-Makern einfach vorstellen, und euch mal präsentieren, weil mir das irgendwie am Herzen liegt, gut, Tschüssli, bis zum nächsten Mal, euer Donnvieh.